Schön, dass ihr reinschaut bei TweetPC. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns in unserem Test und zwar einen Kühler aus dem Hause Zallmann. Die von euch, die schon in Athlon 64 Zeiten rumgerannt sind oder vielleicht auch ein bisschen früher, daran erinnere ich mich zum Beispiel noch, da gab es diese runden LED-Kühler. Auch damals gab es schon LEDs, zwar nicht RGB, aber einfarbig beleuchtet und jetzt ist zwar man eben wieder zurück und möchte mit dem CNPS 20X gleich mal hier den Noctua D15 abräumen. Das zumindest hat uns der Hersteller mitgeteilt und wir sind umso gespannter natürlich auf den Kühler und deshalb schauen wir uns den jetzt heute an. Gibt es bei uns in Deutschland dann für eine unverbindliche Preisempfehlung von um die 80 Euro, auch eine ordentliche Hausnummer. Also schauen wir uns an, was der Kühler so zu bieten hat. Der CNPS 20X wird dann in einer großen Kartonage ausgeliefert. Darin enthalten gibt es natürlich auch ein kleines Zubehörpaket. Das umfasst alles, was ihr braucht, um sofort loszulegen. Ihr bekommt zwei Lüfter, auf die wir auch noch gleich genauer eingehen. Dann zwei Paar Lüfterklammern, Besonderheiten, zwei Tuben Wärmeleitpaste, Multifunktionsmontagesystem für alle gängigen Sockel außer dem TR4-Sockel. Der ist wieder mal nicht mit dabei und natürlich auch noch eine Besonderheit, einmal eine PWM-Weiche und einmal eine RGB-3.5-Volt-Weiche. Sprich, ihr könnt beide Lüfter dann an einen RGB- und einen Lüfteranschluss anschließen. Der Zalman CNPS 20X ist dann natürlich aufgrund seiner High-End-Ambition ein Doppelturmkühler. Bringt 1,3 Kilogramm auf die Waage, wegfliegen wird euch also nicht. Und er setzt dann auch auf zwei Kühltürme. Die setzen dann jeweils auch in der Mitte auf einige Kupferlamellen. Das sieht designtechnisch wirklich sehr, sehr schick aus. Ob das kühlleistungstechnisch dann was bringt, das schauen wir uns dann natürlich nachher genauer an. Es ist ein 4D-gewelltes Kühler-Lamellendesign. Ihr habt da zwischen den Lamellen zum Teil relativ viel Platz, dann mal wieder ein bisschen weniger Platz. Das soll einfach den Luftstrom ein bisschen gerichteter machen und dann im Endeffekt auch sich positiv auf die Kühlleistung auswirken. Mit einer Höhe von 16,5 Zentimetern solltet ihr bei den meisten Gehäusen mal euer Maßbandzüge nachmessen, ob dieses riesengroße Kühlerteil bei euch da auch wirklich reinpasst. Denn ihr seht es ja auch schon im Vergleich zur Kartonage, das ist wirklich noch ein echtes Stück Hardware. Der Kühler setzt dann ansonsten auf sechs 6mm Kupferhitpipes. Das Ganze ist optisch vernickelt. Das sieht natürlich sehr schick aus, schützt aber zugleich dann auch vor Korrosion oder sonstigen Verschmutzungen. Auf der Oberseite vom Kühler gibt es keinen speziellen Abschluss nach oben. Die letzte Lamelle bildet quasi den Abschluss nach oben und auch die Heatpapetten sind hier dann noch etwas ersichtlich. Auf der Unterseite setzt man dann ansonsten auf eine massive Bodenplatte, die dann als Kontaktfläche zu eurem Prozessor dient. Kommen wir zum interessanten Part, nämlich der Belüftung. Auch hier hat sich Zalman natürlich etwas ausgedacht. Man setzt hier nämlich auf 240mm Lüfter aus der Spider-Fan-Serie. SF140 heißen die bei Zalman. Drehzahlbereich 800 bis 1500 Umdrehungen und das Ganze wird dann natürlich pro Lüfter per PWM-Stecker angesteuert. Wie ihr seht, in der Lüfternabe haben wir eine RGB-Beleuchtung, die durch die milchigen Design-Elemente bis nach außen getragen wird. Das seht ihr vor allen Dingen dann natürlich, wenn es ein bisschen dunkler ist durch die Videobeleuchtung. Seht ihr jetzt allerdings, wo das Licht dann langsam hinwandert. Es ist ein 3-Pin-5-Volt-ARGB-Anschluss. Somit könnt ihr das mit allen kompatiblen Mainboards ganz problemlos regeln. Razer-Chroma RGB ist auch dabei, als auch Zalman-Sync. Also auch wenn ihr sowas zu Hause haben solltet, könnt ihr das mit dem Kühler hier dann problemlos nutzen. Das Besondere an den Lüftern ist, dass sie verfügen über keinen normalen Rahmen, deshalb auch Spider-Fans genannt die Dinger. Die werden auch nochmal geliefert ohne diesen Kunststoffrahmen, den schraubt ihr separat dran. Und mit Hilfe des Kunststoffrahmen, den ihr dann separat an den Lüfter dran schraubt, werden die Lüfter dann mit den beiden Lüfterklammern auch entkoppelt dann an den Lüfter dran geschnappt. Besonderheit an dieser Sache, das möchte ich hier gleich mal anmerken. Die Lüfterklammern haben mir extrem gut gefallen, habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen im Kühlermarkt. Das sind nicht einfach irgendwelche Drahtklammern, die gebogen wurden, wo man sich dann die Nägel abbricht, Finger aufschneit oder sonst etwas macht. Sondern die werden einfach an den Kühler dran geklippt, haben ein schönes Feeling, sind auch ein bisschen dicker als normale Lüfterklammern, wie man unschwer erkennen kann. Und das hat Zalman wirklich sehr, sehr cool gelöst. Nochmal kurz einige Wörter zur RGB-Beleuchtung. Das ist ja heutzutage auch bei den meisten immer ein wichtiges Thema. Wenn sie sich ein Gaming-System zusammenstellen, soll das natürlich auch irgendwie schick aussehen. Mit Beleuchtung, anpassbar, mit Effekten und auch sonst. Wenn ihr ein bisschen extravagantes Design sucht, dann seid ihr mit den Spider-Lüftern von Zalman eigentlich schon mal an der richtigen Adresse. Denn das ist wirklich einfach mal was anderes. Auch die RGB-Beleuchtung wurde interessant umgesetzt. Wir haben in der Lüfternabe acht ansteuerbare LEDs, die ihr auch einzeln in der Farbe anpassen könnt, wie ihr hier seht. Je nachdem natürlich, was eure Mainboard-Software oder euer RGB-Controller hier für Möglichkeiten bieten. Das Ganze, wie angesprochen, zieht dann über das Milchglas bis an die Ränder. Das sieht vor allen Dingen cool aus, wenn es entsprechend dunkel ist. Jetzt durch die Strahler, habe ich auch bereits angesprochen, sieht man das dann nicht so gut. Allerdings könnt ihr da wirklich mal was Schickes und Cooles euch zusammenzimmern. Und ich finde auch durch das Kupfer in der Mitte, was man auch so ein bisschen durchsieht bei den Lamellen mit Beleuchtung, kann man da einen ganz eigenen Look dann kreieren. Thema Arbeitsspeicherkompatibilität beim Zalman CNPS 20X. Nun, ihr seht auch schon, der Kühler überragt eigentlich alle Arbeitsspeicherslots, ob jetzt mit Lüfter oder nur dem Kühlerpart. Da, wo der Lüfter die Arbeitsspeicherslots überragt, habt ihr in der Höhe Platz von 33 mm. Das sollte für viele Arbeitsspeicherriegel ausreichen. Und da, wo der Lüfter nicht ist, sind es sogar 47 mm. Also hier könnt ihr auch ein bisschen größeren Speicher verbauen. Das ist natürlich dann die Frage, habt ihr hohen RGB-Arbeitsspeicher, habt ihr alle Slots belegt? Auf jeden Fall mit diesen beiden Maßen könnt ihr hier jetzt abmessen, ob der bei euch reinpasst oder gegebenenfalls, wenn ihr euch ein neues System baut, euch auch vielleicht anderen Arbeitsspeicher zulegen, wenn es denn unbedingt dieser Kühler hier sein soll. Jetzt noch eine interessante Sache, die ihr euch sicher auch schon gefragt habt, habe ich mich im Übrigen auch gefragt. Wer kam denn auf den Namen CNPS 20X? Nun gesagt, getan, hat man mir dann von Herstellerseite mitgeteilt. CNPS steht für Computer Noise Prevention System und dann 20X eben hinten dran. Weil das ein bisschen lang gewesen wäre, hat man dann den Namen auf der Verpackung bzw. generell einfach ein bisschen abgekürzt. Verarbeitungstechnisch gibt es am CNPS 20X aus dem Hause Zahnmann überhaupt nichts auszusetzen. Wirklich hervorragend umgesetzt das Ganze und auch durch das Lüfter-Design einfach mal ein bisschen was anderes. Wobei man sich natürlich, ihr wisst, über Design immer streiten kann. Ich finde es cool. Ist auch einfach, wie angesprochen, mit der Beleuchtung mal eine ganz andere Optik. Kommen wir zum Thema der Montage. Der CNPS 20X lässt sich innerhalb von 5 bis 10 Minuten problemlos montieren. Da der Kühler so schwer ist, wird er natürlich mit einer Multi-Backblade und diversen Abstandshaltern und verschraubten Bügeln dann mit eurem System bzw. eurem Mainboard verschraubt. Ihr braucht dafür einen Schraubendreher und wenn ihr doch mal nicht weiter wisst, dann solltet ihr natürlich zur gut bebilderten und beschriebenen Anleitung greifen. An der Montage ansonsten ist uns nichts Negatives aufgefallen. Dann geht es ja einfach von der Hand und sollte, wie angesprochen, keinem vor größere Probleme stellen. Kommen wir wohl zum interessantesten Part am gesamten Test und das ist ganz klar die Kühlleistung. Wir haben es ja bereits angesprochen gehabt, man hat uns das ja so zugetragen. Ja, der Kühler, der legt sich mit dem Noctua D15 an und wir unschwer an den Messungen erkennen können, das tut er auch tatsächlich. Kühlleistungstechnisch bewegen sich die beiden, ja wie soll man sagen, etwa auf einem Niveau. Da gibt es keine großartigen Unterschiede und das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Besonders wenn man bedenkt, dass der Zalman Kühler hier wahrscheinlich preislich, ich sag jetzt mal 10 bis 15, 20 Euro, wenn er sich vielleicht wo einpendelt unter dem Noctua D15 dann im Marktsegment liegen wird. Bei der Lautstärke zeigt sich dann in etwa dasselbe Bild. Die beiden Kühler, also der D15 und der Zalman CNPS 20X, bewegen sich hier auf einem nahezu identischen und zwar lauten Niveau. Die beiden Lüfter sind mit maximaler Drehzahl deutlich aus dem System wahrzunehmen. Wer besonders empfindliche Ohren hat, verdient wird das auch schon störend laut sein. Die beiden Lüfter lassen sich dann aber natürlich problemlos runterregeln per Mainboard, BIOS oder natürlich auch, wenn ihr eine Lüftersteuerung haben solltet. Und ab so einem Drehzahlbereich von 1200, 1100 verlehmt ihr die Lüfter dann auch aus einem geschlossenen System überhaupt nicht mehr heraus. Zalman ist zurück und das Ganze gleich mit einem Paukenschlag, nämlich der CNPS 20X legt sich bei uns dann gleich mit dem Noctua D15 an. Das ist für einen Start eines neuen Kühlers schon mal eine ordentliche Hausnummer. Wie gesagt, kühlleistungstechnisch gibt es am Kühler absolut nichts auszusetzen. Damit könnt ihr auch hitzköpfige CPUs problemlos in ihre Schranken weisen. Das Ganze natürlich abhängig von der Lautstärke. Der Kühler geht von sehr, sehr laut bis dann entsprechend auch sehr leise. Das könnt ihr selbst dann einstellen im BIOS oder eben per Lüftersteuerung. Die Montage geht kinderleicht von der Hand. Ihr braucht natürlich einen Schraubendreher zur Hand, aber ansonsten ist das Montagesystem durchdacht und sollte keinen für größere Probleme stellen. Und wenn ihr doch mal nicht weiter wisst, dann hilft euch die gut bebilderte Anleitung. Arbeitsspeicherkompatibilität, ja, ihr habt Platz hinterm Lüfter, also da, wo der Kühler quasi nur die Arbeitsspeicherslots überragt von bis zu 47mm und da, wo der Lüfter drüberragt bis 33mm, da müsst ihr ein bisschen Kompromisse eingehen. Je nachdem, was ihr für Arbeitsspeicher schon habt oder was ihr vielleicht euch zulegen möchtet, könnt ihr hier ja mal schauen, was sich da dann für euch für Lösungen so ergeben. Belüftungstechnisch zweimal 140mm Lüfter aus der Spider-Fan-Serie von Zalman. Auch das einfach mal designtechnisch ein bisschen was ganz, ganz anderes. Kein klassischer Rahmen, sondern auch eine Beleuchtung eben dann auf der Front, die man auch ziemlich cool sieht, vor allen Dingen, wenn es natürlich entsprechend dunkel ist. Ihr könnt die Beleuchtung dann per Mainboard, Zalman-Sync oder auch RGB-Chroma von Razer ansteuern, also auch da sollte für jeden entsprechend etwas dabei sein. Ob das Lüfter-Design das natürlich euch persönlich anspricht, das müsst ihr an dieser Stelle dann selbst entscheiden. Auch möchte ich an dieser Stelle noch lobend erwähnen, es ist eine PWM-Weiche dabei, also auch eine RGB-Weiche und zudem auch noch an dieser Stelle die Lüfter-Klammern haben mir wirklich extrem gut gefallen. Einfache Demontage bzw. Montage oder dass man sich da irgendwie in die Finger schneidet oder da rumpumpeln muss am Kühler, das hat Zalman wirklich sehr, sehr gut gelöst. Einziger Kritikpunkt an dem Kühler, das sage ich allerdings bei allen Hain-Kühlern, das bleibt ganz klar der Preis. 80 Euro möchte Zalman für den Markt statt für den Kühler haben. Ob einem das das wert ist, das liegt aber wiederum bei euch selbst. Ja, jetzt seid ihr noch gefragt, wie findet ihr den Kühler, wie findet ihr die Lüfter, die RGB-Beleuchtung? Findet ihr es cool, dass Zalman wieder zurück im Markt ist oder habt ihr sonst irgendwelche Fragen zum Produkt, zum Test oder was auch immer? Dann nutzt auch sehr, sehr gerne bei uns hier die Kommentarfunktion. Das wäre es soweit dann von unserer Seite zum CNPS20X. Ich bin der Jan, vielen Dank wieder, dass ihr bei uns reingeschaut habt und wie immer lasst uns gerne ein Abo, einen Daumen nach oben da und aktiviert auch die Glocke. Da freuen wir uns immer sehr drüber und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch demnächst wieder bei uns reinschaut bei TweakPC auf YouTube.